Spitzzache, ich mein schon. Wir sind die Pioniere. Liebe glückliche Höhner, der Bauer macht ein Foto von euch, stellt sich alle auf da. Sag, habt ihr das keine Ohrwascheln? Jetzt aber schnell, ausi da, sofort. Geschreinderl. Wozu haben wir denn unser gutes Bio-Foto? Ah ja, genau. Und jetzt muss nur noch einer auf dem Auslöser drucken. Ja, natürlich. Über glücklichen Hühnern aus biologischer Landwirtschaft. Ja, natürlich.